Ja, liebe Leute, herzlich willkommen. Ich lade euch ein zu einem neuen Symposium zu den Themen Mein Shitstorm von Seiten der AfD, meine Rekapitulation des Menschenbildes der AfD und ein paar kurze Worte zu einer neuen Klärung dieses ganzen YouTube-Projekts. Okay, also, im letzten Video hatte ich meine kritische Haltung dargelegt zur sogenannten Marburger Erklärung zur Frühsexualisierung der AfD. Da habe ich ein paar kritische Worte geäußert. Ich gebe zu, dass das nicht immer 100% neutral und sachlich war, aber es ist auch erlaubt, emotional zu sein, dort eine feurige Rede zu erhalten, wenn es notwendig ist. Und das Ganze habe ich dann gepostet auf der Facebook-Seite der AfD. Und dementsprechend habe ich natürlich jede Menge Prügel eingesteckt. Und was da so auf meinem Kanal abgegangen ist, ist wirklich jenseits von allem. Also, zunächst wurde mir sehr viel Neid wegen meines Bartes entgegengebracht. Anders sind die entsprechenden Kommentare nicht zu erklären. Und natürlich hat man meine Aussagen knüppelhart angegriffen, aber hauptsächlich in die Richtung, dass man mich einfach nur beleidigt hat, mich als linksversifft dargestellt hat und jede Menge Ausdrücke, die ich vorher so eigentlich noch nie gehört hatte. Und das hat mich natürlich schon ins Grübeln gebracht selbst und hat auch Selbstzweifel hervorgerufen. Und dann habe ich mir das Video nochmal angesehen und auch die Kommentare dazu gelesen. Und jetzt möchte ich doch nochmal eines klarstellen, weil ich auch den Eindruck habe, dass es mir nicht gelungen ist, meinen Punkt verständlich zu vermitteln, ganz offensichtlich aufgrund der Kommentare. Also, erster Punkt, ich habe mich weder für noch gegen eine Homo-Ehe ausgesprochen. Ich möchte mich dazu gar nicht eindeutig positionieren. Das ist auch gar nicht meine Aufgabe dieses Kanals. Wozu ich mich positionieren möchte, ist, dass aus meinen Augen zweifelhafte Menschenbild, das durch dieses Papier vermittelt wird. Und wenn man ein solches Papier schreibt, wenn man die Gedanken schriftlich fixiert und als Grundorientierung verabschiedet, dann muss man auch damit rechnen, dass andere sich kritisch mit diesem Text auseinandersetzen. Und das steht mir natürlich genauso zu wie allen anderen auch. Also, woraus mir ankommt, ist, dass das Konzept der Ehe grundsätzlich diskussionsfähig ist. Das Konzept, das sich bei der AfD abzeichnet, ist, dass die Ehe angesehen wird als Keimzelle für den Staat, das Volk und die Nation. Das heißt, dass die Bedürfnisse des Individuums im Grunde untergeordnet sind über eine übergeordnete Zweckgerichtetheit, sodass das Individuum im Grunde den Auftrag hat, sich zu vermehren für den Fortbestand der Nation. Das kann man so sehen, muss man aber nicht. Ein gegenteiliges Konzept wäre, dass die Ehe den Sinn hat, die individuellen Bedürfnisse des Individuums zu bestätigen oder zu bekräftigen oder zu befriedigen. Also einmal können die Interessen des Individuums im Vordergrund stehen, dass das Individuum sich mit einem anderen Partner eine sehr intime Gemeinschaft auf Grundlage gegenseitiger Fürsorge eingehen möchte und der Verantwortungsübernahme der Gegenseitigen in Notzeiten oder eben, dass die Ehe eingegangen wird, um sich zu vermehren, um das deutsche Volk zu stärken und so weiter. Das sind zwei, zunächst kann man so sehen, sich widersprechende Konzepte. Ich bin ein bisschen auf Suche gegangen, weil ich natürlich dachte, sag mal, sind meine Ausführungen jetzt vollkommen daneben und falsch, finde ich, Stimmen, die das genauso sehen. Ich habe jetzt natürlich nicht vorher großartig recherchiert. Ich habe mir dieses Papier durchgelesen und das waren einfach meine Gedanken dazu. Und ich bin fündig geworden bei einem Autor namens Alexander Grau, einem Doktor der Philosophie, der für die Zeitschrift Cicero einen Artikel geschrieben hat zum Thema Ehe. Und daraus will ich euch einen kurzen Absatz zitieren. Diesmal blende ich euch aber auch den Text ein, damit es besser ist, mitzukommen. Unser Modell der Ehe aus einer Institution, die vor einem Beamten des Staates geschlossen werden muss, gründet gedanklich in einer Zeit, in der die Ehe nicht für die Eheleute da war, sondern für die Gesellschaft, nicht um die freie Verbindung zweier autonomer Individuen, die ihre Leben gemeinsam verbringen und bewältigen wollten, ging es hier. Die Wurzeln der staatlich anerkannten und beglaubigten Ehe liegen in dem autoritären Willen, gesellschaftliche Strukturen zu festigen und zu bestätigen. Kaum verhüllt findet sich diese Tradition in der bei Politikern und Juristen nach wie vor so beliebten wie ärgerlichen Formel, die Ehe sei die Keimzelle des Staates. Alexander Grau spricht sich in seinem Artikel übrigens auch nicht für die Homo-Ehe aus, sondern für eine Abschaffung der staatlich sanktionierten Ehe. Man kann ja auch aus der Ehe, wie sie aktuell legitimiert wird, nicht ableiten, dass der Sinn im Kinderkriegen besteht, denn jede heterosexuelle Ehe darf aktuell vollzogen werden, unabhängig von deinem Willen oder deiner Fähigkeit, Kinder daraus hervorzubringen. Also Alexander Grau sieht überhaupt keinen Grund, die Ehe überhaupt noch staatlich zu sanktionieren. Für ihn ist es höchstens noch eine Privatsache. Einen weiteren interessanten Gedanken, der meine These einigermaßen stützt, habe ich hier gefunden in diesem Buch von Michael Sandel, ein US-amerikanischer Philosoph, der sehr, sehr populär geworden ist in den letzten Jahren. Ich glaube, in Harvard unterrichtet er, ist er Philosophie-Professor und seine Vorlesungen sind unheimlich populär geworden, weil sie auf YouTube überall gestreamt werden auch. Und es lohnt sich auf jeden Fall, sich den mal anzusehen. Und er bezieht sich hier auf das Urteil einer Richterin in Massachusetts, wo die Homo-Ehe als legal eingeführt wurde. Wie gesagt, ist das jetzt nicht unbedingt meine Position. Ich trage jetzt nur auch mal verschiedene Ansichten vor, wie man das Ganze sehen kann. Sie beruft sich auf die Autonomie und Entscheidungsfreiheit des Individuums. Und das ist unmittelbar verknüpft, dieser Gedanke ist unmittelbar verknüpft mit dem Begriff der Menschenwürde, dass eben das Individuum aufgrund seiner freien Vernunft sich selbst Ziele setzen kann, sich selbst Zwecke setzen kann, die es verfolgen kann, aus eigener freier Entscheidung. Und wenn gegen diesen eigenen, diesen individuellen Entscheidungswillen verstoßen wird, wenn der in irgendeiner Form eingeschränkt wird, dann würde man gleichsam den Menschen als Mensch nicht mehr respektieren, den Menschen in seiner Würde nicht mehr respektieren. Manche haben mir dann vorgeworfen, ja, dann dürfte es ja auch keine Polizisten mehr geben, weil die auch Ziele außerhalb ihrer selbst verfolgen. Dann hast du den Gedanken nicht ganz verstanden. Ein Polizist entscheidet selbst, Polizist zu werden. Er ersetzt sich dieses Ziel, Polizist zu werden und aus freier Entscheidung wählt er diesen Beruf. Das ist was völlig anderes, als wenn du jemanden zwingst, irgendwas zu tun. Ich gebe zu, natürlich zwingt die AfD, niemanden zu heiraten. Aber sie vermittelt doch ein Menschenbild, das davon ausgeht, dass der Sinn und Zweck deines Daseins es ist, dich zum Fortbestand des Staates zu vermehren. Und das halte ich zumindest für problematisch. Diese Auffassung der Ehe als Keimzelle zum Fortbestand der Nation geht im Grunde zurück, beziehungsweise hat man mir vorgeworfen, dass in Artikel 6 des Grundgesetzes auch die Ehe und Familie besonderen Schutz gewährt wird, besonderer Schutz gewährt wird und dass ich mich ja offensichtlich dann gegen das Grundgesetz aussprechen würde. Im Grundgesetz steht nichts von der Familie als Keimzelle der Nation. Da steht schon, dass der Familie und der Ehe ein grundsätzlicher, besonderer Schutz zugesprochen werden soll, aber eben nicht vor diesem Menschenbild als Keimzelle für die Nation. Dieser Begriff, dieser Gedanke geht im Übrigen zurück auf die Weimarer Reichsverfassung, ich glaube von 1919. In Artikel 119 heißt es hier, ich zitiere, die Ehe steht als Grundlage des Familienlebens unter Erhaltung und Vermehrung der Nation unter dem besonderen Schutz der Verfassung. Von 1919 ist das, meine ich. Und wir geben zu, dass das auch ein relativ veraltetes Bild, veraltetes Menschenbild und ein veraltetes, nicht mehr heute aktuelles Bild der Ehe ist. So, und weiterhin habe ich kritisiert, ich versuche das jetzt schnell zu komprimieren, dass auch eine gewisse Widersprüchlichkeit in dem Papier zu sehen ist, denn die Familie habe auch die ausdrückliche Aussage, die ausdrückliche Aufgabe, Fürsorge, Solidarität, Respekt und Menschlichkeit zu vermitteln. Und ich sagte eben, dass das im Grunde humanistische Werte sind, die aus meiner Sicht dem Menschenbild in diesem Papier widersprechen, weil es dem jungen Menschen vermittelt, dass das primäre Lebensziel darin bestehe, eine Familie zu gründen, und zwar eine traditionelle Familie zu gründen, so eine Familie in dem Sinne, wie die AfD das sieht, mit dem Ziel, sich zu vermehren eben. Das soll das primäre Lebensziel sein. Das heißt auch gleichzeitig, wenn du dieses primäre Lebensziel deinem Kind vermittelst und das Kind merkt in der Pubertät, dass es offensichtlich nicht in dieses Bild passt, dass es dann aus seiner Sicht seine Eltern nur enttäuschen kann. Und das kann doch nicht Sinn einer Familie sein. Das passt doch nicht mit den Begriffen Menschlichkeit, Fürsorge, Respekt zusammen. Weiterhin geht es darum, dass der Familie natürlich die Erziehungshoheit obliegen soll. Allerdings soll sie eben das gerade genannte primäre Lebensziel zu vermitteln und der Staat in Form von Schule habe sich daraus zu halten. Und zwar in der Form, ich zitiere nochmal, Ich zitiere weiter, Wir wenden uns gegen alle Versuche, andere Formen des Zusammenlebens und Sexualverhaltens gleichwertig neben Ehe und Familie zu stellen. Und wenn wir uns jetzt nochmal daran erinnern, dass aufgrund der individuellen Entscheidungsfreiheit der Jungen und der Mensch überhaupt in die Lage versetzt werden muss, eine Entscheidung zu treffen, wenn du aber dein Leben lang bis zum Erwachsenwerden immer nur die Botschaft erhältst, was dein primäres Lebensziel sein soll und die Schule als Bildungsinstitution, als Institution in der Aufklärung stattfinden soll, dir genauso vermitteln soll, dass die Familie das primäre Lebensziel sein soll und dass andere Formen der Sexualität nicht als gleichwertig angesehen werden sollen, dann ist das schon starker Tobak. Vor allem lässt sich diese Wertigkeit der Sexualität, der sexuellen Orientierung kaum trennen von der Bewertung des Individuums selbst. Ist doch völlig klar, dass du dich als Individuum im Zusammenhang siehst mit der Bewertung deiner Sexualität. Wenn du eine nicht familienfördernde, in dem Sinne Sexualität hast, bist du im Grunde weniger wert. Das lässt sich doch, also man muss sich schon anstrengen, um das nicht daraus ableiten zu können. Insofern werden hier auch Menschen unterschiedlich bewertet. Das lässt sich da auf jeden Fall rauslesen. Man muss es vielleicht nicht unbedingt rauslesen, aber es liegt doch sehr nah und ich gestatte mir diese Lesart. Und nochmal auf Kant zurückzukommen. Der Begriff der Menschenwürde besagt ja gerade, dass der Mensch keinen Wert hat, der sich mit etwas anderem vergleichen ließe, sondern Würde, eine absolut gesetzte Würde, die unabhängig von solcher Art Bewertungen sein soll. Okay, ihr könnt es natürlich kritisieren, aber bitte sachlich. Gut, im Grunde war das nochmal meine Zusammenfassung dessen, was ich zu diesem AfD-Papier gesagt hatte im letzten Video. Ich hoffe, dass es mir jetzt gelungen ist, das besser zu vermitteln. Ich werde es jetzt aber auch nicht mehr auf der Website, auf der Facebook-Seite der AfD posten. Das war schon ein bisschen provokativ, aber ich wollte natürlich auch, dass mal ein bisschen was passiert auf dem Kanal und es ist für meinen Geschmack genug passiert, sodass ich jetzt wieder mich fernhalten kann von diesen Kreisen. Meine Lehre, die ich daraus gezogen habe, aus diesen Erfahrungen mit dem letzten Video ist, es erfordert für mich jede Menge Mut, diese Videos überhaupt zu produzieren. Mir ist völlig klar, dass es natürlich extrem polarisiert, dass ich aus dem Rahmenfalle dessen, was sonst auf YouTube gepostet wird, veröffentlicht wird. Sowohl bezüglich meiner sozialen Stellung eben als Lehre als auch meines Alters falle ich da vollkommen aus dem Rahmen und kriege natürlich auch positive Rückmeldungen, aber natürlich auch jede Menge Kritik. Aber ich beziehe mich da auch auf meine Meinungsfreiheit. Für mich ist das Ganze einfach ein Experiment. Ich habe was zu sagen, von dem ich glaube, dass es nicht das Allerschlechteste ist und ich will einfach mal sehen, was passiert. Also, mit Mut gehe ich voran, werde weiterhin Videos produzieren und einfach mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Stand jetzt habe ich über 140 Abonnenten. Das ist für mich eigentlich schon relativ großartig, wenn ich bedenke, dass das schon mehr Menschen sind, die ich aktuell in meinem Alltag und Berufsleben erreiche. Dann ist doch schon was gewonnen, natürlich. Zweitens möchte ich grundsätzlich hier den gedanklichen Austausch fördern. Das kann gerne emotional auch passieren. Wie gesagt, es spricht nichts dagegen, eine feurige Rede zu halten. Es spricht nichts dagegen, ironisch zu sein. Man sollte das allerdings schon ein bisschen mit gewissen Doppelpunkt-Klammerzeichen, Smilies und so weiter einigermaßen kennzeichnen. Man versteht es doch schnell falsch, wenn man nur den gedruckten Text sieht. So, also bitte ein gedanklicher Austausch. Gerne emotional, aber nicht beleidigen. Das wäre so mein Wunsch für diesen Kanal. Mir ist jetzt völlig bewusst nach Rückmeldungen einiger Schüler, dass das natürlich auch Schüler sehen. Insofern geht eine bestimmte Verantwortung auch damit einher. Aber es ist auch so, dass der Diskussionsverlauf didaktischen Charakter haben kann. Und ich würde euch allen empfehlen, mal den Diskussionsverlauf des letzten Videos euch anzusehen. Ihr müsst euch nicht das lange Video ansehen. Es reicht schon, wenn ihr euch die Kommentare durchlest. Ich finde, dass allein daraus schon jede Menge zu lernen ist. Ohne, dass ich da irgendwas werden würde und denselben Charakter hat natürlich jedes Video. Ich werde hier bestimmte Positionen vortragen. Und natürlich seid ihr alle eingeladen, das euch kritisch anzusehen und anzuhören und aber auch euren Beitrag zu leisten. Ich glaube, dabei könnt ihr ebenso viel, fast genauso viel lernen, als wenn wir jetzt eine AG hätten. Und ihr seid zeitlich völlig flexibel. Ihr könnt euch das ansehen, wann ihr wollt, und euch beteiligen nach Lust und Laune. Und natürlich könnt ihr auch das als Inspiration für weitere Fragestellungen an eure Lehrinstitutionen nehmen. Stellt doch mal die eine oder andere Frage auch im Unterricht, die euch vielleicht in dem Zusammenhang interessiert. Und zum Schluss möchte ich ab sofort jedes Video als Ausdruck eines in zivilisiertem Rahmen stattfindenden Gedankenaustausches immer mit der Einladung zu einem Symposion eröffnen. Ein Symposion, dieser Begriff, kommt aus der griechischen Antike und bezeichnet sowas wie ein geselliges Miteinander trinken, bei dem auch Kulthandlungen stattfanden. Aber man hat sich natürlich auch unterhalten zu allem Möglichen, auch zu politischen, philosophischen Themen. Man hat sich ausgetauscht, emotional auch ausgetauscht. Man hat gestritten, aber doch alles in zivilisiertem Rahmen. So werde ich künftig jedes Video eröffnen und biete euch an, daran teilzunehmen, an einem solchen Symposion und auch eure Beiträge zu leisten natürlich. Dann ist dieser Begriff sehr bekannt geworden wieder durch den gleichnamigen Dialog von Platon. Symposion, auf Deutsch wird es oft übersetzt mit das Trinkgelage zum Beispiel. Was gibt es noch? Das Gastmahl gibt es auch als Übersetzung. So heißt jedenfalls der Dialog. Also sie als nur Herrschaften veranstalten in diesem Dialog ein Symposion. Sie liegen alle beisammen, auf ihren Liegen und Trinken und Essen. Und das gemeinsame Thema ist, eine Lobrede auf die Liebe zu halten, auf Amor. Und einer davon ist Aristophanes, hält auch eine Rede über die Liebe und recherchiert einfach mal selbst, das findet ihr im Internet. Aristophanes, Rede über die Liebe im Symposion, in Platons Symposion. Was würde er wohl zu diesem Thema der Ehe sagen? Okay, das war es für heute. Hey, lasst mir ruhig einen Kommentar da. Das fördert die ganze Diskussion. Hebt den ethischen Diskurs, hoffentlich. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr an weiteren Symposien teilnehmen wollt, abonniert bitte meinen Kanal, teilt das Video. Ich freue mich natürlich über Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, das war euer Cyberphilosoph. Danke fürs Mitdenken.